Hi Leute, gebt mal wieder ein neues Video. Und zwar treffe ich mich jetzt mit Micha. Und weil heute so schönes Wetter ist, sollen ja 30 Grad werden, gehen wir rodeln. Wir fahren jetzt nach Burg Stargard. Da gibt es eine Sommerreudelbahn. Und dann gucken wir, dass wir da ein bisschen Spaß haben. So, ich habe jetzt hier Micha aufgegabelt. Wir haben uns hier an der Sprint Tankstelle getroffen. Und fahren jetzt hoch nach Burg Stargard. Ja, wie kommt es, dass wir jetzt überhaupt nicht vormachen? Ich bin heute Morgen wach geworden und habe gedacht, ja, das ist nochmal super Wetter. Musst du mal gucken, irgendwo kannst du nochmal hinfahren. Ja, dann habe ich schon bei Google Maps geguckt. Irgendwie erschien dann Sommerreudelbahn. Und da habe ich gedacht, das ist doch geil. Da habe ich mich ja kurz angeschrieben. Ich sagte, hast du Bock zu rodeln? Und dann meinte er, ja komm, lass machen. So, und da fahren wir jetzt hin. Und da gibt es dann auch noch schöne Bratwurst und sowas, habe ich gesehen. Und Steak. Da werden wir uns sicherlich auch noch eins gönnen. In der Umleitung, oh Gott. Micha und sein Navi. Wir haben die zwei heute Freunde. Von der Tankstelle aus waren es 105 Kilometer. Also sagen wir ungefähr anderthalb Stunden Fahrt. Ja, ich habe auch noch was zu trinken dabei. Das ist wieder so eine Google Maps. Ich zeig dir die Weltstrecke. Von der Sache her immer ganz lustig. Allerdings nie die dollsten Straßen. Nein, das ist der Navi, der ich da fuhre. Keine Ahnung. Ja, fahr noch mal. Also, kannst du führen? Ich sage, das ist Google Maps, mit dem ich zeig dir die Weltmodus. Was jetzt gar nicht so verkehrt ist, wenn man sowieso bloß hier ein Stück durch die Gegend fährt. Und das nicht unbedingt eilig hat. Kann man sowas machen. Ich überlege gerade, ob ich die Strecke schon mal gefahren bin. Als ich an den See gefahren bin. Bin mir aber jetzt nicht mehr so hundertbootsicher. Wenn allerdings jetzt gleich so ein kleines Wäldchen mit mega Schlattlöchern kommt. Dann ist es die Strecke. So, jetzt müsste ich ja eigentlich irgendwann mal einen Kaffee wegbringen. Und dazu muss ich aber erstmal ein Mischer vorbei. Da ist sogar ein Parkplatz. Dann nehmen wir doch mal den. Mal gucken, ob man da irgendwo pinkeln gehen kann. Das ist gar nicht so. So, wir haben jetzt gerade eine kleine Pause gemacht, um den Kaffee wegzubringen, um schnell was zu trinken. Jetzt haben wir noch ungefähr 50 Kilometer. Also, ja gut, wenn wir so gegen 13 Uhr wären wir wohl da sein, dann erstmal so eine Wurst essen, die Rodelbahn da mal testen, das habe ich noch nie gemacht, also so eine Sommerrodelbahn, ja im Winter auch Schnee, okay. Das habe ich schon mal, da waren wir, das letzte Mal da waren wir in der Schweiz, glaube ich. Und da hast du wirklich eine elende lange Rodelbahn, ich glaube, die war auf fast 5 Kilometer oder so. Also warst richtig lange unterwegs und hat auch richtig Laune gemacht und war schnell. Also dadurch, dass das dann gerade in manchen Kurven auch so ein bisschen vereist war, also da bist du schon ordentlich da rumgedriftet, sage ich mal so. Und die hatten dann auch extra schon Fangzäune dran. Das Gute ist, solange das hier durch den Wald geht, ist das auch nicht so warm. Weil hier durch den Schatten lässt sich das wirklich angenehm vorn. Das ist sowieso eine ganz ordentliche Strecke. Ein paar Kurven drin wären natürlich noch besser, aber man muss das nehmen, was da ist. Also kurvenmäßig war ja Italien maximal geil. Aber wie gesagt, maximal gefährlich. Wie die da rumgeballert sind, das war nicht mehr hübsch. Wenn ich von meinem Tacho gehe, sollten es vielleicht noch so ungefähr 35 Kilometer sein. Und dann sind wir auch da. Ja, ich glaube mich aber da lieber Kurven ballern. Aber jetzt muss man halt hinter den herfahren. Ich genieße sowas ja ganz gerne mal. Schön durch die Gegend rusehen. Man muss sich die Landschaft so ein bisschen angucken. Das hat was. Irgendwann müssen wir mal rechts weg. Aber hier anscheinend noch nicht. Aber hier anscheinend noch nicht. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Maschine so groß aussieht. Weil der weiß nicht, dass ich nur eine 125 habe. Deshalb wollte er mich so ganz entspannt vorbeilassen. Was ja auch super ist. Aber da fehlt mir halt die Power. Ja, nach Stralsund wären es jetzt noch 112 Kilometer. Sprich, Rheinkliff, wenn wir so eine anderthalb Stunde dann direkt schon an der Ostsee. Also sollte es nochmal so ein geiles Wochenende haben. Wollte ich gerade sagen, dann wäre ich nochmal in die Ostsee fahren. Aber wenn ich wirklich die Rundreise machen will, dann habe ich gar keine Zeit dazu. Es sei denn, es ist wirklich bis Ende November noch super schönes Wetter. Was haben wir jetzt? Na ja, kann nicht mehr weit sein. So, also ungefähr sechs Minuten sind wir da. Sagt zumindest das Navi. Oder besser gesagt Google Maps. Das muss ja irgendwo an einem Berg sein. Das würde zumindest mal Sinn machen. Burg. Also die Burg war da rechts. Das hatte ich richtig geraten. Was gibt es hier? Hier gibt es Eis. Aber das kleine Ding ist schon nur so ein bisschen hingucken. Weil an der Eisdiele haben gerade alle drauf geguckt. Sommerrödelbahn rechts. Was hier? Sommerrödelbahn tatsächlich. Sommerrödelbahn 10 Meter. Hä, wo soll denn hier 30 Meter Höheunterschied sein? So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Du machst mit dem Ding hier so ein bisschen Showman. Die gucken alle auf dich. Ja, das ist gut. So, jetzt geht es hier erst mal hoch. So, jetzt geht es hier erst mal hoch. Scheiße, jetzt geht es hier. So, jetzt geht es hier. Okay. So, jetzt geht es hier. Ciao, Intonatorade. So, jetzt geht es hier um 이쪽, Lil Dur Jurassic Park. So, jetzt geht es da mit Ireland. Ja, ich versuche das mitencry Tapation. So, jetzt geht es dann ab, älk. Musik Musik